Wenn man sich aufhält, kann man mit dem Smartphone, dem Waptop oder auch dem Computer auf diese Lieblingssongs zurückgreifen. Ja, ich mache das ja ein bisschen anders als andere Menschen. Ich habe auch immer meine Musik dabei, allerdings in anderer Form, denn egal wo ich hingehe, ob zum Shopping oder ob man so Kaffee trinkt, ich habe grundsätzlich immer meine Band dabei. Ist total praktisch, ja, spart man sich das Autoradio, hat man einfach immer hinten auf uns eine Band sitzt. Ihr könnt mir ganz toll musizieren, das kommt jetzt mal.